Wählen Sie bitte im Baufi-Manager unter dem Punkt Zinsdaten pflegen zunächst die Art der Zinspflege aus. Entscheiden Sie sich bitte zwischen den beiden Arten Margentableau und Darlehensbereiche. Sobald Sie Margentableau als Art der Zinspflege auswählen, erscheint hinter der Auswahl die Kennzeichnung Aktiv. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf Speichern. Sie gelangen zurück in den Baufi-Manager und über den Link Zinsdaten pflegen in Ihr Margentableau. Es lohnt sich, die Zinsen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, damit sie im Anbietervergleich stets mit ihren aktuellsten Zahlen gelistet werden. Bitte geben Sie Ihren generellen Basiszins ein oder legen Sie den Basiszins für eine bestimmte Zinsbindung fest. Wählen Sie bitte zudem aus, welche Auf- oder Abschläge gültig sind und tragen Sie diese ein. Möchten Sie für ein bestimmtes Kriterium im Anbietervergleich nicht gefunden werden, wählen Sie es bitte per Häkchen ab. Bitte vergessen Sie das Speichern nicht, da ansonsten Ihre eingegebenen Daten verloren gehen. Danke. Danke.